Emotional I get emotional Ja ne K... Pudi mehr macht So... Mh... Wow, ich bin tatsächlich an dem Punkt angekommen, in dem ich nicht mehr so hundertprozentig weiß, was ich jetzt noch machen wollte Das hat bei Minecraft was zu heißen Ja... Bin ich blöd oder finde ich einfach den Stall nicht? Ähm... Ja, also... Wobei ich glaube, wir können... Warte mal halt... Ja doch... Eigentlich können wir da oben auf dem Feld nochmal eine Schicht Erde drumrum machen Wof... äh, wieso? Ja, weil wir den Platz nicht bra... Also da ist ja nur Cobblestone Ne? Dann kann man den Platz noch nutzen Ich bin der König der Welt Ja ja Pfohen stecken Hahaha Laborbacke der Welt Egal So... Nochmal durch den Hühnerstall rasen Motorrad... ja an essen haben wir wirklich eine menge ok ok gut scheitern das gut ich hab jetzt fast zweieinhalb sechs ist ein bisschen was ja was wir haben haben wir jetzt brauche ich glaube ich nicht mehr einsammeln oder ich würde es abbaus ab weil dahinter könnte auch eisen oder diamante versteckt sein wir können es dann zur not ja entsorgen ja ach komm ich schneid mal Mai und die Haare ich hab dir nur die Haare geschnitten ich schneid dir gleich auch was ey oh wow jetzt fehlen noch drei Felder und dann gibt mir die Jage kaputt na danke hahaha ok das ist mies und ich hab nicht mehr Material dabei um eine neue zu bauen ach komm ich hab eine klucker 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 ok ich komm mal zurück da sind nur drei Felder hier Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, die Schweine. Achso, oh. Ich hab nix gesagt vom Wegen, ich hab eine, ne? Ja, ja. Ist das eine Schaufel? Ups. Ich brauch mal grad diesen unterirdischen Lavasee zu, ist auch nicht schlecht. Wie gut der Benni doch Schaufeln von Hacken unterscheiden kann. Ja, klar. Achso, holst du eine? Ja, mach ich. Alter, das grenzt hier aber bei den Schweinen bald an Massentierhaltung, ne? Ach, lächerlich. Harfe ist auch nicht unbedingt groß, da? Oh, das scheint aber ne große Kohleader zu sein hier. So, ja, mit dem Rest, was ich hier noch hab, den fütter ich jetzt, verfütter ich jetzt mal an die Tiere. Wenn ich schon mal gerade da bin. Ach, die können das ab. Doch, schon mal das Ei geschmissen, wa? Ja. So. Schweine auch nochmal gefüttert. Da haben wir jetzt auch einige. Also wir haben echt einen relativ großen Stall, das ist ganz gut. Ja. Ja. Da haben wir jetzt auch noch ein paar Sachen, das ist ganz gut, das ist ganz gut, das ist ganz gut, das ist ganz gut, das ist ganz gut. ich kann durch türen gehen hast du jetzt eigentlich oben die drei gut dass ich jetzt keine setzlinge naja ist jetzt nicht so gut ist das so klug hier ein baum direkt vor die eigenen vor den eingang zu setzen ich weiß ja nicht klar ich weiß zwar nicht wer hingestellt hat aber da kommt man damit nicht gut raus da komme ich heute nicht mehr hin merkt sich bitte einer treppe runter rechts an dem großen lavasee da ist der riesen kohle ja das weiß ich wenn wir in drei wochen oder so das nächste mal aufnehmen bestimmt noch ja wir haben ja jetzt für vier monate bestimmt ich weiß ich will es gar nicht wissen jetzt habe ich mich gerade erschrocken weil nick gerade auf so ein zombie eingeflogen hat also wir haben auf jeden fall einiges an material so ich komme jetzt zurück und dann mal feiern machen ich komme ich eigentlich mit dem schneiden mal hin dahinter ich habe noch gar nicht angefangen das ist eine berechtigte frage wann sollte die erste folge kommen montag oder dienstag montag 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 okay schaffe ich irgendwie irgendwann irgendwo das ist ja für ein hässlicher klotz was dieser stein diese steinburg hier ach so ja das kann man ja noch ändern das ist jetzt erstmal nur hauptsache da steht überhaupt was noch mal 25 eisenerz jetzt habe ich natürlich das ficht noch sechs mal gold gefunden high five high five ich gebe dir gleich high five ich tritt dir gleich so in den arsch willst du das denn machen ich habe jetzt den keller wir haben keine fichtenholzstämme mehr was hast du gesagt wir haben keine fichtenholzstämme mehr sonst hätte ich sonst hätte ich die fichtenholzstämme oben noch hochgezogen jetzt ins zweite obergeschoss hier hat so kellerhuhn ja aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus da war einiges geschafft heute ja nicht dass du was behauptest die zwei dinge habe ich nicht dahin gesetzt nein die habe ich wirklich nicht dahin gesetzt ich habe mich hier nur hoch gebaut doch die schaufel meine meine ich wollte gerade sagen da kommt ein creeper ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß keine probleme ich war mal der zombie und das skelett hauen sich jetzt gegenseitig auf die fresse geil das gibt es auch ja weil das geld den zombie angeschossen hat das eine du das andere das machen das ist das was auf mich geschossen hat irgendwo hinterm aus da wird gleich wenn ich habe ich gefunden ja ich stand direkt neben dran bis gerade ja wo ist maio ist hier bei den bäumen war mal feierabend war kannst du auch wieder neuen maio ja aber nicht mehr heute moment gerd du kannst sofort mein magen brüllt mich an hunger ja ich habe auch allerdings auch hunger mittlerweile wir haben jetzt auch weiß der teufel wie lang minecraft aufgenommen war bestimmt noch mal fünf stunden oder nicht kann sein ja was macht zurzeit auch wieder mega spaß nachdem wir eine lange pause hat ja das stimmt sich einfach mal wieder austoben kann oder auch einfach mal high five geben kann ich weiß ja die quatze schnell weg nein ich treffe dich schon noch ich gebe dir gleich half mit dem schwert ja gerne ich habe auch eins also so ist es nicht ob ja gut meine framerate ich muss mal gucken dass ich jetzt mit dem shader bis zum nächsten mal ein bisschen anders machen meine framerate ist echt zu wünschen habe ich ein glück dass ich jetzt nicht in den keller gefallen bin wieso ja ich habe jetzt vom hab oben jetzt die zweite etage soweit fertig gemacht und dachte wie kommst du jetzt runter also habe ich mich genau hier rein gebuddelt und bin neben dem keller gelandet ja wo du aber du wärst sowieso glaube ich abgefangen worden von den leitern ja wer weiß bei meinem glück ich bin erst wieder level 8 also wenn der nick jetzt noch reinkommt hochkommt interessant aus nick wollte sich ankündigen hey wie geht's was geht schön zu brennen komm her du bist schuld dass ich eben gestorben bin so ich weiß es noch die ep oh guck mal da sind skelett und spinnen spinne wie gerne würde ich denen den virtuellen stinkefinger zeigen so aber wir sind fertig für heute wir machen das nächste mal weiter wünschen euch viel spaß bei allem was ihr jetzt noch macht beziehungsweise wir hoffen ihr hattet bisher spaß bei dem ganzen content den wir bis jetzt gemacht haben es geht freudig weiter in diesem sinne tschüss tschüss